Die Botschaft Wandelt den Weg zum Heil vieler Menschen, zum Segen vieler Menschen, aus Mitleid mit der Welt zum Wohl, zum Heil, zum Segen. Verkündet den ganz vollendeten, geklärten Reinheitswandel. Es gibt Wesen wenig beschmutzter Art, die gehen verloren, wenn sie die Lehre nicht hören. Die werden Versteher der Lehre sein. Zum Lassen der grobmateriellen Auffassung vom Selbst zeige ich die Lehre, sodass, wenn ihr sie befolgt, die beschmutzenden Dinge schwinden werden, die reinigenden Dinge wachsen werden, und dass ihr die Weisheitsfülle, die Reife schon in diesem Dasein aus euch selber begreifen, verwirklichen und euch zu eigen machen werdet.